Hey Leute, willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Heute reagieren wir auf PJ und OA Stusash auf dem Stusash-Kanal. Ich war eine Zeit lang, wenn wir jetzt so ein bis zwei maximal deutsche Videos pro Woche posten. Natürlich meine englischen Videos könnt ihr immer noch abchecken. Aber wie gesagt, die deutschen ein bis zwei Mal pro Woche, meistens wird es Stusash sein. Also seid auf jeden Fall gespannt, was noch so kommt. Aber jetzt erstmal PJ, OA. Let's go. Okay. Produziert bei Colonia. Shoutouts an Colonia, Callum, Milo Pictures. Okay. Also bevor wir jetzt noch weitermachen, eine Sache muss ich noch sagen. PJ, ich mag PJ. Aber OA, meiner Meinung nach, der beste deutsche Driller. Der beste. Mit Abstand sogar. Weil sein Flow ist so besonders. Er wird auch, glaube ich, in UK oben mit dabei sein. Weil er einfach so eine besondere Stimme, Flow, Delivery hat. Das ist immer einfach, das ist immer so schön ihm zuzuhören. Das ist einfach krank. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf OA, sein Part. Obwohl PJ auch krass ist. Da steht sein Mann, wir sind kein Stück leicht. Gibt Unterschiede. Lack, ich drücke ein Paket und du flex ein Gramm. Wie machen Tau ist im Bestzeitland. Dein Abi wählt laut und ich test sein Mann. Denn wer da kriegt halbe Kiki für ein Gans und kriegt sich Stamm. Wo der Rest sein kann. Dein Brot ist Flaschen, du rennst wie Puh. Keine Back, sein Chat. Wollah niemand, Anik, Wallah Vitis, ne Gang voller Kulis. Ich hab ein Ich-Dies loaded Pulli. Ich hab das Lackspin loaded Pulli. Verfuckscher Blut auf Pulli. Du sie sagen, direkt wo das Cash liegt. Halsteh, eine Neunin im Backway in Pulli. Okay, also startet ganz okay. Okay auf Blow. Hier und da mal eine gute Line. Aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Okay. Okay, also mir gefällt hier auf jeden Fall diese Reimkette. Das meine ich. Er kommt rein. Und wie gesagt, nichts an PJ. Aber O.L. kommt rein. Und diese 10 Sekunden waren besser als eine Minute von PJ. Das ist halt. Es ist einfach. Es ist ein anderes Level. Der Flow. Er macht weiter einfach. Ich mag hier, dass der Beat jetzt ein bisschen aussetzt. Und ich nehme an, der wird gleich wieder richtig reinbrettern. Auf jeden Fall Shoutouts an Colonia. Gefällt mir sehr, der Beat. Hat richtig Energy. Und diesen perfekten Wald für die zwei. Das war's. einfach dieser diese rei mit pardon orlando er macht einfach weiter so krank ich habe jetzt gesehen dass da auf dem boden dieses orlando war also diese effekte auch im video gefällt extrem bis jetzt wirklich habe ich nichts einzuwenden jetzt ich bin und seit jahren noch und erzählen in der fernsehefluchtverfahndung wenn man schick mal gibt es immer noch die zellen noch viel von kolonia falsche attrappen sie wollen und schlappen du wirst gesplittet lascher koronia beendet ein gespricht ist doch viel Mhhh 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 Nochmal Nochmal Ich will komplett Owey sein Part nochmal machen Mhhh 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 Mh Mhhh Mhhh Ich springen Magic wie Orlando. Yo. Yo. Colonia. Pause und meine Ops sind down. Wie der Beat noch so aussetzt. Ups und Downs. Meine Ops sind down. Waaah. Was? An seinem Sibi sind mehr als nur zwei Eier. Ich lass die Leine fast so stehen. Meine Ops sind down. Hm. Schnee aus, okay. Hier im Block aus Fiktor, bleib kalt, so wie Rasputin. Okay. Ah. Okay, anscheinend ist es so wie eine Hook. Ah. Also O.A. sein Part ist halt wieder... Wie immer. Zehn aus zehn kann man schon mal. Das macht. Hunger. Futter. Hunger. Hunger. Von Futter. Ich schieb die ganze Stadt auf wie Frank Lukas. Leute wollen Kuhn kommen wie ein Hunder. Könige Ficken auf meinung von andere Ende des Tagels. Hier zerbatzen alleine. Während du mit deiner Clique auf Faserengsmock und weißt den TG Neff aber Karamell. Ich weiß nicht. 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 Aber wenn man jetzt die Parts vergleichen will, dann O.A. ganz klar. Das war PJ und O.A. Stusash. Meiner Meinung nach ist O.A. immer noch, wird wahrscheinlich auch lange noch so bleiben, der beste deutsche Drillrapper. PJ war extrem gut heute, aber wenn halt O.A. auf deinem Track ist, egal ob O.A. ein Feature ist oder nicht, du wirst einfach gefeatured. Du wirst in den Hintergrund gestellt, weil O.A. einfach krank ist. Was soll ich noch sagen? Das Lied kommt definitiv in meine Playlist. Ich liebe diesen Vibe. Der Beat ist perfekt. Nochmal Shoutouts an Colonia. Natürlich gehört das nicht zu der Playlist Sache, aber das Video war auch extrem gut. Dieses Orlando Magic, diese Effekte. Shoutouts auf jeden Fall auch noch an Milo Pictures. Extremst krasses Lied. Ich will auf jeden Fall mehr von O.A. hören. Falls es noch Lieder gibt, auf die ich nicht reagiert habe von ihm, werde ich auf jeden Fall das noch nachholen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, gerne auch den Kanal abonnieren. Was denkt ihr über das Lied? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Auf Enschüttende